Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Libyen in der Community-Karte. Wir haben Tag Nummer 3 und wir stehen auf Rang 52 mit 17 Punkten. Ein großer Sprung ist uns nicht gelungen. Das liegt daran, dass ja Tunis wie zu erwarten nicht in uns gefallen ist, aber jetzt an Italien, doch nicht an Algerien, die scheinen beschäftigt zu sein, irgendwo hier im Westen mit Marokko. Aber dadurch ist dann eben Tunis gefallen an Italien und wir konnten das nicht verhindern. Wir hatten keine Truppen dafür da. Ich wollte es auch nicht riskieren, denn ich wusste nicht, was dann eben Algerien machen würde. Das heißt, wir haben jetzt zwei Optionen. Option 1 wäre ein Angriff auf Niger und Option 2 ein Angriff auf Ägypten. Ich denke nicht, dass ein Krieg gegen Italien aktuell zielführend ist. Wir könnten zwar Italien angreifen, sure. Wir könnten auch Tunis einnehmen, das wäre unmöglich. Wir könnten sogar vielleicht Palermo einnehmen. Aber ich denke, das wäre ein Krieg ohne Ende. Wir hätten keine Option, da irgendwas zu machen. Sie sind ja auch... Doch, sie sind im Krieg. Warte mal. Die sind im Krieg mit Österreich. Warte mal. Wer ist denn da alliiert mit wem? Das ist Österreich hier und Ungarn und Co. sind in der Europakoalition. Italien selbst ist bei der sogenannten Mittelmeer-Koalition, bestehend aus Frankreich, Griechenland und Kuban von allen Leuten. Das heißt, Italien hat keine lokalen Freunde bis auf Frankreich. Wir könnten also durchaus hier Tunis einnehmen. Mal schauen, was da passieren wird. Wir könnten einfach mal abwarten und hoffen, dass sie ihre Truppen hier abziehen nach den Kämpfen hier unten und dann nach Norden gehen gegen eben Österreich kämpfen oder dass sie eben von Österreich besiegt werden und wir dann einfach hier uns Tunis schnappen können. Mal schauen, was da passiert. Ich bin sehr gespannt, aber ich denke eben trotzdem, dass ein Krieg aktuell uns noch nicht so viel bringt. Es würde Moral kosten. Es würde einfach einen Krieg beginnen mit einer Koalition. Ist ein bisschen heiß aktuell noch. Das machen wir lieber erstmal nicht. Ich denke auch, dass ein Krieg gegen Niger gerade nicht so ideal ist. Vor allem, weil auch, wie man sehen kann, hier aktuell der Chad mit allen Truppen Richtung Bardai unterwegs ist. Und das ist viel. Das sind viele Truppen. Und da werden wir uns wohl verteidigen müssen. Das heißt, ich werde auch weitere Truppen da unten hinschicken müssen jetzt. Und zwar werden das sein, die meisten Truppen aus Tripolis und der Panzerwagen. Einfach nur, um da so ein bisschen zu verteidigen. Wir haben keine Festung da, aber wir haben bald eine Kaserne Level 2 dort. Das heißt, wir werden dann eine Festung bauen können in den nächsten 6 Stunden und uns dann hoffentlich schützen können. Sie haben ja auch eine Festung gebaut, aber ich gehe mal davon aus, dass sie zumindest eine Verteidigung vorbereiten wollen. Und das ist so ein bisschen riskant eben, was da der Plan ist. Ich weiß es nicht genau. Wir werden mal sehen. Aber ich hoffe, dass es kein Angriff ist. Das heißt, als einzige Option, die wir aktuell haben, bleibt wirklich ein Angriff auf Ägypten. Und der muss erfolgen als gemeinsamer Akt. Das heißt, wir werden uns mit Hedgers absprechen, mit dem Osmanischen Reich und mit uns selbst. Und dann einen Angriff auf Ägypten planen. Das wird leider nicht sehr einfach, weil jetzt zum einen hier der Suezkanal ist und eine Festung. Das heißt, sie hätten hier einen etwas schwereren Weg. Aber würde hoffentlich Ägypten genug ablenken, dass wir dann hier auch einfallen können und sie besetzen können. Das Problem allerdings ist, dass wir dann nicht genug Truppen hätten, um unsere langen Grenzen zu schützen mit Algerien und mit dem Tschad. Das heißt, sie wären dann in der Lage, uns sehr, sehr schnell anzugreifen. Könnten das auch super leicht tun. Wir hätten dann nicht mehr genug Truppen. Wir hatten hohe Verluste auch gegen Libyen. Und nicht gegen Libyen, gegen Tunesien. Das heißt, wir hätten da keine so gute Zeit, besonders danach. Und auch die Verbindung würde uns nicht wirklich viel helfen. Das würde auch bestimmt drei, vier Tage dauern, der Krieg. Und dann könnten sich auch einfach der Tschad und Sudan hier Gebiete schnappen. Das wäre alles nicht so ideal. Sind die eigentlich alliiert jetzt inzwischen? Da gab es ja ein paar Änderungen wieder. Nee, sind sie nicht. Der Tschad ist jetzt alliiert mit Burkina Faso und mit Marokko tatsächlich. Also sie haben sowohl den Sudan als auch Äthiopien rausgeschmissen. Ich weiß nicht ganz warum. Oder sie sind rausgegangen, wie auch immer. Ich weiß nicht ganz warum. Die planen vielleicht eine eigene Koalition. Das ist schwer zu sagen, ob da irgendwas passiert ist. Auf jeden Fall muss ich trotzdem davon ausgehen, dass die sich weiterhin absprechen, weil sie ja weiterhin auch hier ihre Grenzen freilassen. Das spricht für mich für eine Allianz oder zumindest einen Nicht-Angriffspakt. Und von daher gehe ich davon aus, dass sie trotzdem noch gemeinsam zusammenarbeit da sein wird. Es kann auch sein, dass sich hier einfach der Tschad hier Richtung Madama jetzt bewegt, dass die einfach hier den Niger angreifen wollen. Das könnte sein. Das weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Aber ich gehe mal davon aus, uns wird der Angriff nicht gelten, aber sie werden auf jeden Fall ein Auge auf uns werfen. Dann haben wir unsere Allies und auch einige Nachrichten. Zum einen haben wir Kenia. Die hatten erfolgreich hier den größten Teil von Somalia eingenommen. Allerdings werden sie Opfer gerade eines Angriffes aus Äthiopien, wie er zu erwarten war. Und auch der Sudan steht hier in voller Stärke. Sie haben leider nicht die Truppen, das wirklich abzuwehren. Es gibt auch Nachrichten dort im Koalitionschat. Und zwar, was lesen wir denn hier? Ich versuche gerade mal zu schauen. Hier, genau. Die werden angreifen. Der Angriff aus Äthiopien kommt. Ob er die Festung golden will. Ja, okay. Also die werden Goldmark benutzen. Okay. Level 2 müsste auch gehen, genau, wenn man Tag 3 bereist. Also er könnte sogar die Festung stark verstärken. Die Einnahme der restlichen KI macht durchaus Sinn. Aber es ist natürlich eine Festung. Aber es wäre möglich, ja. Wenn er die Festung eh goldet, dann kann man die durchaus da weiterziehen lassen. Das ist schwer zu sagen. Er hat ja auch weitere Truppen, die noch reinkommen. Ich werde schon mal eine Nachricht erfassen. Und zwar wünsche viel Erfolg in der Schlacht. Einnahme der KI wäre von Vorteil, wenn Sieg in... Soll ich es jetzt ganz kurz machen, wenn ihr Depeche oder soll ich es länger schreiben? Wenn ein Sieg in der... Wir machen es noch ein bisschen länger. Wenn Sieg in der Schlacht versus Abyssinia... Wenn Sieg in der Schlacht versus Abyssinia möglich ist. Punkt. So. Genau. Wir werden leider vorerst nicht helfen können. Punkt. Sagen wir das mal so. Genau. Dann gab es eine Nachricht aus Algerien. Und zwar fragen sie nach dem Anführer der Koalition, der ich bin. Und ob sie beitreten können. Ähm... Da Marokko sie wohl rauswerfen will. Okay. Sie würden gerne beitreten, damit sie nicht alleine dastehen. Okay. Äh... Spannende Idee. Natürlich warten wir eigentlich darauf... Warte. Was war mit dem aus Manischen Reich eigentlich gewesen? Das aus Manischen Reich wollte beitreten. In zwei Tagen. Stimmt, stimmt, stimmt. Da war was. Äh... Ich verstehe. Die wollten in zwei Tagen beitreten. Das ist okay. Ähm... Genau. Das heißt, wir werden erstmal warten müssen, was das angeht. Und eine Allianz mit Algerien ist zunächst noch nicht möglich. Ähm... Das heißt, wir werden mal antworten. Äh... Guten Tag. Vielen Dank für deine Bewerbung. Ähm... Wir sind aktuell mit einigen potenziellen Partnern im Gespräch. Ähm... Es könnte also eine Weile dauern, bevor wir... Jemanden... Weiteres... Weiteren? Jemanden. Jemanden. Äh... In die Koalition lassen können. Punkt. Und jemanden natürlich noch groß schreiben, bevor wir das vergessen. So, ihr wolltet ja mal sehen, wie ich Nachrichten schreibe. So mache ich das. Ähm... Auch natürlich lügen wir gerade so ein bisschen, aber das muss ja keiner wissen. Außer im Video dann. Dann tut es mir leid. Aber ist ja auch nicht ganz sicher. Wenn die aus Manischen nicht beitreten wollen, dann gibt es auch noch die... weiteren Chancen. Wenn wir noch andere Länder, mit denen wir gerade sprechen. Also, ist ja alles noch möglich. Ähm... Genau. Ähm... Und dann sagen wir noch... Viele Grüße. Senden. So. Tibet. Ähm... Kommt mein Name von der Provinz in Italien in der 500er runter? Äh... Also, äh... Aquila ist einfach ein italienisches Wort. Heißt Adler. Mein Name kommt ganz woanders her. Nicht aus dem Game. Äh... Wirklich nicht. Ähm... Das ist nicht... Das nicht, wie der Name herkommt. Ähm... Das werde ich gleich beantworten. Ähm... Mit Ägypten. Ui... Mit H. Ägypten. Äh... Vor... Mein Mikrofon ist im Weg, merkt man übrigens vielleicht ein bisschen. Äh... Bereiten. Ich schreibe gerade quasi blind. Ähm... Was ich zwar kann, aber manchmal ein bisschen schwierig ist. So. Vorbereiten. Genau. Ähm... Dann machen wir das. Äh... So. Und Namibia. Ähm... Puh, 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 Puh. Was machen wir da? Okay, da habe ich auch nicht geantwortet gehabt. Das tut mir mega leid. Äh... Ich hatte echt viele Nachrichten bekommen. Auch in der anderen Runde, die wir noch spielen. Ich hatte über 160 Nachrichten dann nach dem ersten Tag. Das war ein bisschen viel. Ich habe versucht, die meisten zu beantworten. Das war leider relativ schwierig. Ähm... Können sie beitreten. Haben eine gute Produktion und spielen relativ gut. Äh... Das wird sich zeigen. Äh... Was, was bin ich hier sehend gerade? Ach nee, halt, das ist eine Einheit aus Rhodesien. Achso, das ist hier, äh, achso, wir haben schon die erste Nation, die völlig weg ist. Rhodesien wurde hier besetzt von Namibia und von Angola. Okay. Äh, das ist aber spannend. Okay, damit ist Rhodesien bereits weg. Ähm. Ja, wollen wir mit dir eine Allianz eingehen? Angola. Level 12. Okay, ich wollte auf die Level nicht so sehr schauen. Hm, die scheinen auch mit Südafrika alliiert zu sein. Wäre natürlich eine Option, klar. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Würde uns aber akut erstmal gar nicht helfen. Von daher würde ich sagen, wir geben denen eine ähnliche Nachricht wie Algerien erstmal. Ähm, guten Tag. Ähm, wir bearbeiten aktuell eine große... Menge an Bewerbungen für unsere Koalition. Koalition, so. Ähm, äh, wie soll man das jetzt am besten ausdrücken? Äh, weil es ist ja unwahrscheinlich, ne? Wir wollen jetzt auch nicht lügen. Äh, äh, ich fürchte, der letzte Platz wird an jemanden in unserem... Nähe vergeben werden. Äh, wünsche trotzdem viel Erfolg bei allen Plänen. Und es freut mich sehr, dass du meine Videos... Na, Videos magst. Na, so, okay. Punkt. Ja, ist echt schwer zu schreiben mit dem Mikrofon im Gesicht. Ähm, so. Und dann noch ein ganz Emoji. So, perfekt. Ähm, genau. Das geht doch so. Machen wir das so. Perfekt. Cool. Ähm, oh, für dritte Staaten. Ähm, bin ich an Spielen mit einer Allianz interessiert? Äh, also ganz generell, ähm, muss ich es leider sagen, äh, nicht, nicht interessiert. Aber ich habe keine Zeit. Also ich spiele aktuell alle Supremacy-Serien, also Runden generell auch für YouTube. Ich habe leider nicht die Zeit, um mich auch dann noch 100% in eine Supremacy-Serie außerhalb oder Runde außerhalb von YouTube rein zu versetzen. Also auch die Zeit dafür ist auch nicht da. Dann drei Runden wirklich aktiv zu spielen mit allem, was dann man auch braucht. Das geht leider nicht. Das heißt, ich, ich fürchte, ähm, dass ich, äh, das einfach nicht anbieten kann. Also einfach von meiner, ähm, Zeit her. Ähm, dann, ich will ja auch, dass wir möglichst das tun, gerade in den Koalitions- oder Allianz-Spielen. Und das kann ich einfach nicht bieten, wenn dann quasi ich schon so beschäftigt bin für YouTube und vor allem, weil ich auch alles aufnehmen will, was ich spiele. Sonst ist es so ein bisschen auch Zeitverschwendung. Deshalb, fürchte ich, kann ich da einfach nicht anbieten, eben, äh, einer Allianz beizutreten. Und ich kann auch leider keine Allianz für euch erstellen, weil die hat, glaube ich, ein Limit von irgendwie 80 Leuten, glaube ich. Irgendwie sowas in der Art. 60, 80, 100, irgend so ein Limit gibt es da. Das heißt, da könnten nur dann die ersten paar von euch beitreten und nach ein paar Sekunden wäre es voll. Ähm, deshalb würde ich das ungern machen, weil es dann einfach keinem was bringt. Ich würde jetzt nicht oft Allianz-Spiele machen können, leider, mit euch. Äh, das heißt, wenn das nicht unlimited ist, dann macht das für uns wenig Sinn, dann eine Allianz zu erstellen. Ich hoffe, das macht Sinn für euch. Ich kann es leider einfach nicht machen, ähm, weil es eben echt unfair wäre. So ein bisschen wie die Runden hier auch. Einfach, es gibt nicht genug Platz, leider, in Supremacy. Das könnte ich alles so nicht anbieten. Wir haben auch außerdem noch ein Allianz hier drüben in, ähm, Kamerun. Und, äh, Nigeria hat uns auch, äh, gemeinsame Karte gegeben. Ähm, das wäre mal spannend, da vielleicht noch Kamerun zu sagen, was da Sache ist. Aber ich glaube, einige haben hier auch gemeinsame Karte gegeben, weil sie denken, sie müssten das machen. Müsst ihr wirklich gar nicht. Also, das wäre allerhöchstens vielleicht wichtig, wenn ich rausfliegen würde, damit ich dann kommentieren kann. Sonst auf gar keinen Fall. Ähm, also von daher macht euch da keinen Kopf. Ähm, auf jeden Fall mal schauen, was eben hier passieren wird. Ich sehe gerade, Kamerun steht hier erstmal noch. Sie haben jetzt hier auch noch keine, oder noch die eine KI hier eingenommen. Bata von Equatorial Guinea. Ähm, das lief ganz gut. Gut, ansonsten müssen sie sich eben vorbereiten auf einen möglichen Konflikt mit dem Chad, der auch für uns aktuell der größte Gegner ist, sage ich mal. Einfach wegen ihrer Positionierung. Und wir werden es hier auch echt nicht einfach haben. Wir werden hier viele Feinde haben. Ach, schwierig. Also, wir müssten wirklich dringend jetzt sehr, sehr schnell hier Ägypten einnehmen. Sonst wird's eng. Also, allianzentechnisch ist es hier aktuell eher weniger perfekt. Ähm, einfach von den Positionen her, ne? Wir haben einfach nur Feinde um uns herum. Ähm, das ist eher ungünstig. Mal schauen. Es gab noch Nachrichten in der Zeitung auch, glaube ich, vorhin noch irgendwo. Wo gab's irgendwas? Ne, gab's nicht. Ähm, also heute noch nicht zumindest. Die Ägypten-Nordfestung in Siva. Das ist, äh, hier. Vermutlich wird Salom auch eine bekommen. Da bauen sie einen Hafen aktuell. Ne, never mind. Müssten wir eigentlich auch mal bauen. Hab leider kein Geld. Deshalb geht's nicht. Aber schon mal gut zu wissen, dass sie da einen Hafen bauen. Das heißt, die bauen da keine Festung. Und wir könnten da jetzt einfach rein. Nachricht kam zurück aus Namibia. Ähm, ja, sie werden sich hier in unsere Nähe begeben als Gegner. Klar, das wird wohl passieren. Ähm, ich kann aktuell einfach noch nicht Namibia annehmen. Das wäre einfach jetzt zu früh. Ähm, wir brauchen aktuell eher die umgebenden Allies und auch eben das Osmanische Reich. Also, ich kann nicht einfach keine andere Allianz dieser Form anbieten. Einfach, das geht einfach noch nicht. So, Ägypten. Ähm, ja, wir könnten natürlich einfach Salom einnehmen. Andererseits haben sie mehr Truppen als wir. Ich werde mal dringend, äh, jetzt an Hedgers schreiben. Ähm, oder generell. Ähm, heißen die Hedgers mit J oder mit S-T-H? Okay. Ähm, Hedgers ist die deutsche Schreibweise. Ähm, ups, jetzt habe ich hier die Karte erledigt. So, ähm, nochmal, äh, am besten dafür direkt an Sie. Bisschen einfacher, wenn ich die finde. Hier sind Sie. Ähm, Grüße, Komma. Ich, ich würde vorschlagen, Komma, ähm, sobald wie für uns möglich mit der Invasion von Ägypten zu werden. Beginnen, Punkt. Ähm, eine Verbindung von Konstantinopel bis, bis, nee, bis Medenine wäre eine große Stärkung für unsere Allianz. Und würde uns auch die Möglichkeit geben, die Sudan-Allianz auszuschalten. Punkt. Ähm, ba, 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 ba. Wie wollen wir das machen? Ähm, ähm, müssen wir gar nicht mehr weiter konkret auf die Strategie eingehen. Ähm, ähm, ba, 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 ba. Wie machen wir es am besten? Äh, haben wir schon eine Tageszahl geschrieben? Nee, ne? Haben wir nicht gesagt. Äh, idealerweise in einem bis zwei Tagen. Äh, viel, also mach ich mal so. Viele Grüße und, äh, gutes Gelingen, äh, in Syrien. Punkt. So. Dann machen wir das und dann bereiten wir uns auf einen Krieg gegen Ägypten vor. Bringen unsere Truppen auch dahin. Ähm, vielleicht sogar noch ein paar mehr von hier drüben, weil wir es einfach können, ne? Einfach, weil wir es können. Machen wir es einfach. Aber ja, mir macht der Chat Sorgen. Die werden wohl hier auch böse werden zu uns. Ähm, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber ich muss sagen, ich bin soweit echt happy, dass ich überlebt habe. Es gab keine großen Feindseligkeiten mir gegenüber, weil ich ich bin. Das ist toll, ähm, also alle spielen ganz normal. Das war ja sehr wichtig auch für mich, einfach das zu, äh, organisieren so, dass eben niemand jetzt irgendwie, äh, versucht hier extra anders zu spielen. Ich meine, klar werden es einige tun, aber, ähm, ich wollte natürlich auch nicht, dass Leute extra irgendwie jetzt schwach spielen mir gegenüber, um mich gewinnen zu lassen oder halt eben umgekehrt. Das ist einfach toll, dass es so klappt. Bin ich mega happy mit uns. Es gab weitere Nachrichten schon wieder. Eieiei. Und zwar aus Namibia, ähm, welch kommen sie da rein? Ja, mal schauen. Wir wissen es noch nicht ganz. Es könnte sein, dass jetzt hier Kenia total besiegt wird. Auch möglich ist es natürlich. Also wir werden es sehen in den nächsten paar Stunden dann. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.